Was ist, wollen wir noch ein Spiel oder nicht? Ich mach keins mehr. Weil, dann... Ich würd noch ne Runde. Ne, ich mach keins mehr. Einen noch, okay. I, alleine mit nem Mädchen, ist ja total doof. Nein, das hab ich nicht gesagt, was ich hab auf die Uhr geguckt gerade. Nur gedacht. Nein, hab ich auch nicht gedacht, keine Sorge. Ähm, ich hab... Du kannst mich gut beschützen, besser als jemand anders. Äh... Jemand anderes. Jemand anderes. Jetzt mach ich erst recht. Und deshalb muss ich jetzt gucken. Das war jetzt unfair, dass wir rausgeschmissen wurden. Tja. Ich hab ein Schwerpunkt gehabt. Geschieht dir recht. Also du bist auch nicht gerade nett. Das ist doof, das ist so... Als würdest du mit jemandem reden und währenddessen weggehen. Was, ich bin nicht nett. Nee, du warst eben nicht nett. Entschuldigung. Ja, sei nett. Das ist offen. Ja, ist offen. Drauf, ich hol kurz Zuckerschoten. Achso, sie hat Zuckerschoten. Zuckerschoten. Für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, sie, äh... Rainy ist so... Hat immer über Zuckerschoten geredet. Und ich hab gesagt, warum? Was ist denn das? Ist das ein Referat? Oder ist das irgendwas Besonderes aus Amerika? Das ist etwas zum Ablecken. Sie hat es zu Hause. Oh mein Gott. Gott. In der Waschmaschine. Ja, nur so können Zuckerschoten ihren ganzen Geschmack entfalten. Genau. Das ist auch super gut. Hallo und herzlich willkommen zu nächsten Hunger Games. Ähm, hier... Letztes Mal wurden wir rausgekickt. So, bin wieder da. Ich weiß auch, warum ich rausgekickt wurde. Weil sie Angst hatten, weil ich zu episch super gut war. Ja. Genau deswegen. Ja. Und deshalb, ähm... Machen jetzt... Patrick, äh, du bist noch dabei? Oder nicht? Yep. Aber du bist nicht... Aber du bist nicht im Spiel. Doch. Hier drüben. Hallo. Hallo, ich seh nicht. Achso. Also bist du wie so eine, so eine, äh... Du bist eine Frau in... Bei den Tagen. Ja, ich bin eine Frau. Schwarze? Ja, ich bin eine Frau, genau. Du hast so recht. Ich muss dir noch was erzählen und zwar vor zwei Jahren oder so, also zwei Schuljahren, als ich in der neunten Klasse war, mussten wir mal etwas für Kunst machen und du hast mir anscheinend irgendwie geholfen, weil wir mussten Titel machen für Lieder und ich habe das zurückgekommen letzte Woche oder so und hinten steht drauf, ähm, Zombies von wegen Bitch, äh, äh, Lieder von wegen Bitch, bring mir ein Bier und so und darunter steht das, die von dir sind, von Gate. Das war ganz am Anfang, aber das kann ich zwei Jahre, ich bin erst seit ein... Jaja, so ungefähr, zwei Schuljahre oder ein Schuljahr, weiß nicht. Ich dachte, ein Schuljahr geht auch ein Jahr. Nein. Nein. Ferien. Aber trotzdem dauert es ein Jahr, also so gesehen. Ich weiß aber noch, das hatten wir ja irgendwie letzten Frühling oder so, ne? Oder letzten, besser gesagt, letzten Sommer so. Oh, es geht, es fängt an. Ja, da habe ich dir geholfen mit tollen, äh, Namen für Liedern oder so. Ja, ich musste voll lachen, weil ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Ich schon. Siehst du, so viel wäre wichtiger bist du mir als ich dir. Dafür beschützt du mich jetzt, denn, äh, Patrick ist zum Beispiel jemand, der sagt, ich spiel nicht hier mit und dann spielt er doch mit. Und, äh... Ich kann mich nie entscheiden, die Entschuldigung von mir, das ist nicht schwer. Ja, ich bin wieder hinter diesem komischen, wo ab, jetzt runtergezählt wurde. Ich folge mal wieder Gate. Wo runtergezählt wurde, genau dahinter. Und ich laufe genau dahinter gerade aus, Vaini. Ich habe jemanden getötet, ich habe Goldschuhe, zwei Stück. Wenn ich nichts anderes zu tun habe, folge ich Gate, hallo. Ich weiß wieder nicht, wo ihr lang seid. Lauft mal bitte nicht so weit weg. Nee, genau dahinter, genau hinter dem Abzählteil, genau gerade aus dahinter. Wir bleiben jetzt hier stehen. Genau gerade aus, okay, dann laufe ich da jetzt mal hin. Und Patrick, an Patrick sollten sich mal Leute ein Beispiel nehmen und einfach mir blind folgen. Genau. Ich habe so viel Zeug für euch, ich habe richtig... Siehst du uns? Warte, ich komme dir mal wieder zurück entgegen. Ja, ich habe richtig viel Zeug für euch. Ich muss nur hier weg, weil hier sind Leute. Ich komme jetzt zu euch, passt auf, ich bin in die komplett falsche Richtung. Ich bin genau hinter... Ich bin bei dem See, bei dem See. Und was, wo, wie, was? Da links, ein bisschen weiter links ist ein See, wenn man auf das Gebäude guckt. Links, das ist rechts, oder? Ich sehe euch, glaube ich, seid ihr das? Also, wenn du ein rosa Ding siehst oder was das auch immer ist. Ja, hallo, ich bin hinter euch, hallo. Hier, hier, und zwar, ich habe für euch alle, es gibt für jeden was, einmal Schuhe, noch einmal Schuhe, Dings, Hose, Schwert, Bogen, Bogen. Ich möchte Bogen. Oh, geil. Hier, Bogen, hier, warte. Nimm doch die Schuhe mal hier. Ja, ich habe Schuhe, so. Ich hatte einmal noch Schuhe und einmal noch Helm und Hose hatte ich. Hose, 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 Bogen. Hose hat Gate. Hat jeder einen Bogen? Ich habe einen Bogen. Einer von euch muss noch ein Schwert haben. Oh Mann, schon wieder. Ja, Rang. Ich vergesse immer das Töne. So, das war's? Dankeschön. Dankeschön, Vaini, das war sehr nett. Ich habe jetzt also, ich habe Schuhe und eine Hose. Dankeschön. Super. Kannst du auf mich hauen, wenn du willst. Nein, ich haue niemanden. Wollen wir mal zur Mitte und gucken, ob da noch was in den Kisten ist? Weil ich weiß nicht, wir sind ja recht gut ausgestattet. Bringt es mehr mit dem Bogen zu zu hauen, als mit der Hand? Äh, ja, glaub schon. Okay. Also, ich folge euch. Okay, komm, wir gehen in die Mitte. Los, einfach in die Mitte. Wem? Ach, ihr habt alle Schuhe. Okay, warte, was? In die Mitte? In der Mitte kann man doch nichts entdecken. Ja, aber in der Mitte ist geiler. Wenn die Leute da killen. Guck mal, da steht einer, wenn wir auf den draufgehen. Okay. Ja, dann Leute, wir töten jetzt, äh, wie so eine blöde Gruppe von halbstarken Jugendlichen gehen wir jetzt los und töten irgendwelche Unschuldigen. Das ist doch super. Der will mich mit einem Keks schlagen, really? Oh, der hat ein Steinschwert. Okay, da muss jemand mit mir drauf. Ich versuche jetzt. Hab ihn. Sehr gut. Hatte der irgendwas? Was hatte der alles? Der hatte, warte, der hatte Holzschwert, der will Steinschwerter. Ich möchte ein Schwert. Wie viele Steinschwerter? Drei. Also für jeden von euch. Ja, für jeden von euch. Drei. Hier ist noch ein Schwert. Er hat eine Enderperle. Und noch so ein Lederhanisch-Dingsi. Oh, Hanisch möchte ich haben. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, äh, Essen, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Was machen wir denn mit diesen Ender-Dingen? So, warte, warte, Essen. Ich hab nur einen Keks. Hier, hier ist Kuchen. Den können wir erstmal essen, hier, den Kuchen. Was machen wir denn mit den Ender-Dingen? Da kommt einer, da kommt einer. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, Gate. Ah. Oh, fuck. Ah, das hättest du wohl nicht erwartet, dass hier die drei, die zwei, die fünf für mich sind. Guck, diesmal hab ich auf dich aufgepasst. Guck. Dankeschön. Dann wird auch langsam Zeit. Umarmung, komm schon. Ist bei euch auch dann, sind auch bei euch die, äh... Hab ihn getötet, der hatte Suppe. Oh, der hatte Eisenschwerter und verzauberte Schwerter, Leute. Oh, lol. Oh, geil. Wir machen alles weiter. Ey, ich glaub, diese Runde gewinnt man das Leben. Ich muss erstmal irgendwie mit der Steuerung klarkommen. Warte, ich hab nur einen zweiten Bogen, Melvin. Ne, der Bogen bringt uns ja nichts. Hallo. So, ich hab einmal ein Eisenschwerter, Gate. Oh nein, jetzt kommt, wir bekommen jetzt, äh, irgendwie Poison-Gas hier, das ist natürlich scheiße. Da müssen wir hierbleiben, das ist doch direkt hier beim Spawn. Ja, wir müssen in diesem Penta-Dings bleiben. Ähm, ich hab eine Pilzsuppe und sonst hab ich nix mehr. Aber ich hab ein verzaubertes Schwert, das hat Rückstoß. Gib her, gib her, meins. Das ist meins. Geh weg. Ich krieg nie was. Ich bleib jetzt hier im Penta-Gram. Was möchtest du denn? Hüpfwurst werden. Was wolltest du denn haben? Nö, nö, nö. Hat sich gerade hier. Das glitzert, das bekommt ihr nicht. Nur weil es glitzert. Die Enderperlen willst du haben? Nö. Die bringen Unglück, mach die weg. Wenn du dich damit rumpottest, dann verbuggst du irgendwo. Ja, Sponsors können sich teleportieren. Werf die nicht. Nee, werf die nicht. Warte mal kurz, wenn wir die einzigen noch übrig sind. Left. Wirklich? Nein, einen haben wir noch übrig. Wo ist er? Vier haben wir noch. Das ist nämlich Dave No Name. Oh, no. Wollen wir mal los in den suchen? Nö. Er muss doch herkommen. Gift, oder? Nee, nee, ja. Gleich geht eh Gift. Das ist die beste Folge ever von Hunger Games. Wir haben gewonnen. Zieht das nichts? Da haben wir mal so viele Sachen. Zombie! Zombie! Oh mein Gott. Ach, komm her, du blöder Zombie. Oh, das ist ja, jetzt wird es hier so ein Zombie-Film. Geil. Oh Mann, ich hab, man. Okay, einer ist weg. Wir fühlen uns wohl gerade zugucken, oben, aus dem Himmel. Opa? Das weiß ich. Du hast dich umgebracht, du Sau. Ja, ich weiß. Du hast ja auch gestunken. Oh, noch mehr Zombies. Oh Gott. Sind das die Leute, eventuell? Nicht die sind nicht Wölfe, sondern Zombies? Nein, die spawnen einfach. Ah, die töten mich. Könnte ja auch sein, dass es die Leute... Nee, doch nicht. Ich hab zum Glück Käse. Wo ist denn Dave No Name? Hey, Mr. No Name. Wir sind ziemlich langweilig. Wir müssen uns irgendwann umbringen gegenseitig, ne? Du wirst schon. Nicht auf mich. Na was? Nein, nicht auf mich. Woher kommen die denn? Am Ende sind das wirklich die Spieler? Ich mein, Wölfe kamen noch nicht, oder? Nö. Daher. Oh, pass auf. Oh, pass auf, ich mach den, ich mach den. So. Ich ess mal den Kuchen weiter. Cool. Wo ist denn jetzt Gate hin? Aber Gate, oh, Gate? Gate, wo bist du hin? Ich lauf vor euch weg, weil ihr gegen mich seid. Hä? Ihr weit mit euren tollen Sachen werdet irgendwann denken, wartet, wir sind noch zu dritt, einer von uns muss gehen. Wenn, dann opfere ich mich, dass Gate mal erster wird. Nein, ich will nicht zu erster werden, dann vergifte ich mich lieber in der Giftwohnung. Nein, Gate wird jetzt her. Wo ist Gate? Wenn Gate weg ist, geh ich auch weg. Ich bin weggelaufen, weil das ich gehabt werden wird. Oh, ich hab vergerottetes Fleisch gefunden, von mir alleine. Der Prinz hat einfach mal gedacht, ich werde alleine. Au, 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 au. Ich geh Geld. Ah, ha, 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 ha. Gate, wo bist du? Ich hab Päuschen. Ja, geschieht dir recht, du bist weggelaufen. Ja, aber ich wollte doch was erleben oder so, ich töte dich. Nö, ich geh Geld suchen. Ich wollte doch Sachen erleben. Geld suchen? Ja, ich geh Geld suchen. Ich glaub, der Kompass zeigt immer auf die Mitte, wenn man ihn nicht anfasst und einfach nur unten rechts guckt. Ja, scheinbar ja. Jupp. Ja, ich werd hier grad nur von Zombies gejagt, aber okay. Ich will, ich will Dave No Name töten. Gucken wir mal, ob der noch da ist. Und Zombies kam auch wieder. Dave No Name, wo bist du, Bitch? Warum warst du nicht da? Weil ich geh jetzt suchen. Ich komm ja, ich komm ja. Trotzdem wird das ekelhaft. Das hat, das ist so wie so ein Film, so ein Dramafilm, wo man weiß, oh mein Gott, fast in dein Loch gefallen mit Lava. Wo man weiß, dass es am Ende nur schrecklich enden kann. Ach, ihr seid ja, ihr kämpft gegen, ihr kämpft gegen der, der Dave? Nein. Nee, der Dave, da ist der, ihr nur noch. Hallo, Hall. Da sind oben welche und gucken uns zu. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, Creeper. Ach, was soll's. Wer will ein Schuh, ne? Wer will ein Schuh. Ah, ah. Wir sollen nicht line-off fallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaub, hier stehen ist falsch, Leute. Ja, oh mein Gott, waren da plötzlich drei Stück. Alter, hier ist noch ein Skelett dabei. Wollen wir vielleicht mal weg, weil ich glaub, das ist falsch, dass wir hier stehen. Das wollen die nicht. Ja. Die sind sauer, dass wir Deutsche sind. Ja, wetten. So, wir gehen jetzt mal auf den Baum da hinten, oder wie? Wuhu. Yippie. Juhu, okay. Oh mein Gott. Abhauen, abhauen, abhauen. Ich hab ein halbes Herz. Das war jetzt wieder mein, Mann, Mann. Das war mal Überraschungsmomente, die auch klappen. Ich hab ein halbes Herz. Aber wir sind ja ein Gift jetzt. Ja, dann müssen wir halt nah dranbleiben. Ich geb euch Kekse. Warte, wo seid ihr? Da ist Gate, Gate. Ich kriegst ein Kekse. Ey, was ein Kekse. Gate, bleib stehen, bleib stehen, Gate, Gate. Ich hab fast kein Leben mehr. Ich hab ein Herz. Aber das Gift ist viel zu heftig geworden. Wir müssen in die Mitte. Ja, wir müssen. Kann es sein, dass du wirklich noch die... Wo ist Dave? Da, da, hinter dir, Gate, hinter dir. Oh, da ist Dave. Geil. Ich geh jetzt Dave killen. Ha, damit hast du nicht gerechnet. Hey. Okay, komm. Wir hauen uns gegenseitig nicht, sondern wir warten jetzt einfach ab. Wer... Wir hauen jetzt einfach Zombies. Wir machen einen Zombie-Endkampffilm. Okay. Wir hauen jetzt einfach... Okay, hier auf einer Truhe ist... Alle auf der Welt sind Zombies geworden. Und wir müssen uns gegen sie wehren. Und jetzt, äh, töten wir einfach nur Zombies, bis wir sterben. Achtung, oh. Oder... Ich bin tot. Das wird doch mal was. Das ist doch... Gate ist der Gewinner. Was? Habt ihr euch geopfert jetzt? Nee, ich bin gestorben. Ich hatte wirklich nur noch ein Herz oder so. Hey, guck mal, da liegen meine Geschenke. Nimm die wenigstens. Oh, oh, oh. Oh. Nein. Das war mal was anderes, Musik zu geben. Es war ein Zombie-Apokalypse-Film. Und ich denke mal, die Hosts, die amerikanischen oder sowas, sind ziemlich sauer auf uns, dass wir die ganze Zeit gewartet haben. Und Dave No Name wird jetzt, äh, ich verfluche euch, ihr drei Kinder mit dem Hund oder sowas. Und dann... Was? Ach, es war ein Scooby-Doo. Nee, nee, nicht Scooby-Doo. Ach, egal. Auf jeden Fall so ein alter Cartoon. Äh, und ich bedanke mich fürs Spielen und danke, dass ihr... Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen jetzt, weil wir mussten irgendwie alle sterben. Und ihr seid gestorben, weil ihr in den Kampf gegangen seid, ganz mutig. Und ich habe überlebt, weil ich nicht mutig war. Was lernen wir daraus? Kinder, seid nicht mutig. Dann überlebt ihr und könnt ganz am Ende alleine auf der Erde weilen und dürft alle Naschsachen essen, die ihr wollt. Und niemand wird euch jemals was sagen. Und drei Wochen später habt ihr Zahnschmerzen, geht zum Zahnarzt. Ach nee, der ist ja auch weg. Und dann sterbt ihr vor Schmerzen, weil ihr euch zu viele Tabletten reinwerft, weil ihr keine Ahnung habt von Tabletten, weil der Arzt auch weg ist. Und dann habt ihr so Schaum vor dem Mund und auf der Straße, weil keine Polizei da ist, fallt ihr zusammen und mit Krämpfen habt ihr nochmal richtig blutigen Ausfluss und sterbt und denkt nur, warum nicht ich? Und dann Ende. Das war doch schön. Danke an Rainy und Patrick. Nein, wie soll ich dich jetzt nennen? Patrick einfach. Achso, ach. Oder Patrick. Genau. Oder Pat, Pat, Pat. Das ist ja auch gut. Pat, Pat, ja. Hab ich gescrollt. Bis zum nächsten Mal. Sag mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.